itung Ja der… zieht Gott gut Junge, wie früh, ich hab' so früh gebremst und.. fack tschüüüüü... Schöner Ami v8 hier Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer anderen Folge von Deathstripe and the Solar Crown. Der liebe Fabio ist auch dabei und erzählt euch, was wir heute machen und wie es weitergeht. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. So. Ich mach erstmal Motorrad an hier. So. Genau. Es geht weiter. Aber noch ein bisschen Probleme mit der Stimme. Das heißt, ich werde erstmal wieder auch die Motoren für mich reden lassen. Größtenteils. Aber mein Bestes probiere ich trotzdem. Weiter geht's. Wir schauen einfach mal. Was haben wir denn da? Wir müssen erstmal woanders hinfahren, glaube ich. Lass doch vielleicht erstmal zu dem American Car-Händler fahren, der hier unter dem Hotel ist. Südwestlich vom Hotel. Siehst du den? 1,5 Kilometer entfernt. Jo. Hab ich markiert. Abfahrt. Fahren wir doch erstmal da hin. Und gucken uns an, was es da für Kart gibt. Denn wir müssen uns jetzt auch darum kümmern, das Auto zu kaufen im Bereich Touring Car, glaube ich, müssen wir jetzt kaufen, ne? Weiß ich nicht. Ich hab nicht gekocht. Ich muss das können wir sagen. Das war ja jetzt die neue Kategorie, die wir freigeschaltet hatten mit Level 20. Du bist der Chef. Da können wir mal gucken, was es so für Autos gibt. Oh, wir sind Wack in der Nähe. Das werde ich mir wohl erstmal abholen. Wo? Ich weiß ja nicht. Eben wurde es hier angezeigt. Ah ja. Ja, wir sehen uns ja leider noch nicht auf der Map. Das ist immer, man muss immer erstmal reinladen und dann. Ja, das würde auf der Rennstrecke sein. Kommt man da hin? Mit der Ahnung. Da ist ja eine Mauer zwischen. Ja, irgendwo ist der Eingang. In 200 Metern. Blitz abbiegen. Blitz abbiegen. Ich fahre jetzt hier gerade mal außen rum durch die Wiese. In der Hoffnung, dass ich da was finde. Was so mit Eingang zu tun hat. Ich bin jetzt drin. Oh, hier ist eine Mauer. Das war ganz cool hier. So eine Rennstrecke einfach. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das finden. In 200 Metern. Blitz abbiegen. Habe es gefunden. Wo? Wo bist du gerade? Du bist falsch. Du musst da, wo die, wo die, siehst du dieses, äh, die Rampe, die da war? Warte mal, du musst auf die Strecke auf jeden Fall zurück. Und dann musst du, äh, da links. Und dann da wieder links, genau. Da musst du hin. Und dann steht er da rum. Rechte Seite. Ne, links, genau. So, sorry. Ah ja. Da waren wir ja fast da, schön. Aber cool. Die Strecke ist nice hier. Sieht cool aus. Und man kann die jetzt auch langfahren, um zu dem American Custom zu kommen. Ja, dann machen wir das mal. Hier gibt es noch was zum Einsammeln. Moneten, das werden wir uns mal gönnerinun. Ich glaube, wie viele Münzen sind das? 12.000. Wow, das ist fett. Blinz abbiegen. Blinz abbiegen. Blinz abbiegen. Rechts abbiegen. So. Blinz abbiegen. Ziel wurde erreicht. Bin da. Ja. Was gibt es denn hier drinne so? Wir werden jetzt mal auf die Karte gucken. Was brauchen wir denn überhaupt? Das hier ist ein... Ja, genau. Das machen wir. Genau. Kategorie T. Also Grand Tura heißen die Dinger. So, hier ist gleich S. Das wollen wir natürlich wieder nicht. Achso, wir brauchen T. S. Das ist S. S kann ich gar nicht kaufen. Digga, hier drinne gibt es ja nur Mustang, Alter. Weil die Stufe gesperrt ist. Das hier ist auch... Ja. Ja. Das ist auch ein S. Aber, Digga, hier gibt es nur Mustang und Ford GT. Sonst gar nichts. Der hier wäre A, wir brauchen T, hast du gesagt, ne? Genau, das ist ein Mustang A, das ist ein Shelby. Der ist S. Ach, da bist du ja. Jetzt sehe ich dich. Ja, hier gibt es gar keinen T. Ja, ne, gibt es leider nicht. Oh, gut. Hallo. Dann nicht, wa? Ja, dann nicht. Können wir auch wieder gehen, ne? Bei einem S hätte ich ja schon. Ja, naja. Gut, dann gehen wir und suchen uns einen anderen Laden. Der GT sieht schon schmuf aus. Aber hier gibt es nur zwei verschiedene Autos. Ich meine, was ist denn das für ein scheiß Geschäft? Auch wieder S. Und hier ist wieder A. Ja, das ist tatsächlich jetzt nicht so der geile Laden. Ne. Okay, dann lass wieder rausgehen. Ja. Dann gucken wir mal, ob noch ein anderer Laden in der Nähe ist. Genau. Oder wir fahren halt ein Rennen, wenn das in der Nähe ist. Ich guck mal. Also hier wäre noch einer der German Performance. Die haben auch T. Uh, ja, wo ist denn der? Aber what the fuck? Die sind teuer. Da haben wir auch einen Lambo-Händler noch nicht entdeckt in der Stadt. Bisschen weiter links. Aber das wird auch kein T sein. Die haben auch kein T. Das ist ein German Performance. Unten links, wenn du runter gehst. Und da genau der grüne. Das German Performance. Dann wird es ja angezeigt links. Ja, da haben wir einen. 1,6 Mille, 1,2 Mille, 2S, Cross-Tourismo. Ja, ich meine, wir haben das Geld. Ja, aber ich weiß nicht. Wir brauchen die Kategorie so oder so. Also, ne? Ich könnte mir eh nur den Porsche holen, weil ich habe nur 1,2 Mille. Wollen wir da einfach mal hinfahren und dann einfach mal die beiden Autos testfahren? Also, Offroad brauchen wir nicht. Was würde es denn noch geben? Da oben ist normal. Hier gibt es noch einen britischen. British Cars. Ganz links. Haben wir noch nicht weiter links? Links, 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 runter? Genau, den haben wir auch noch nicht. Ja, dann lass doch da erstmal hinfahren, oder? Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es da aus sind. Wobei die Route führt sowieso vorbei an dem German-Händler. Also, ich habe mir jetzt die Route gesetzt. Dann lass doch an dem German-Händler vorbeifahren. Die beiden erstmal testfahren. Lass doch noch kurz zu dem Lambo-Händler, oder? Ja, okay, ja, ja, okay. Ja, gut, fahren wir erst zum Lambo-Händler und dann machen wir es so. Dann können wir da mal gucken gehen. Und dann können wir danach zu dem German fahren. Aber ich wechsle ganz kurz mein Auto. Wir haben sogar schon ein T-Fahrzeug. Wir können ja vielleicht erstmal zu dem Italiener fahren, um zu gucken, ob es da billigere gibt. Wie viele Leistungspunkte bräuchten wir denn für die Rennen? Wenn wir uns jetzt Kategorie T kaufen müssen. Warte, ich gucke ganz kurz mal. Das hier ist für noch Geländewagen. Okay. Das ist auch noch für Geländewagen. Wir haben auch noch welche nur für Geländewagen. Das hier ist für T maximal 700, 550 bis 700. Ja, okay, dann müssen es eigentlich schon die zwei Fetten sein, ne? Ja, ja. Aber machen wir es erstmal so, ne? So, ich gehe jetzt erstmal zu dem Lambo-Händler. Genau, ich habe mir jetzt mal meinen Ford GT geschnappt. Den bin ich noch nie gefahren. Hallo, ich möchte da rein. Ist das immer da? Das ist immer ein bisschen verbuggt, dass der das nicht anzeigt. Ja, aber das ist immer verbuggt, dass der das nicht anzeigt mit den Betrieben. Hallo, ich möchte da rein. Ah, jetzt. Mal gucken, was es hier so drin gibt. Boah, Junge, der Ford GT, Alter. Juhu. Der, der geht ab, wa? Au, ne. Alter, Aventador. Der sieht schon mal richtig sexy aus. Ja, aber das ist alles S, wa? Das ist S, ja. Das ist noch ein S. Die sind auch ganz schön teuer, die Lambos. Ja, ja, klar. Nochmal S, ein Huracan. Ja, irgendwann muss das sein, Alter. Junge, der Countach von 2021. 10,6 Millionen. Boah, der fuck. Hä, wie heißt der? Countach. Von Countach. Countach. Countach, Countach, keine Ahnung. Viel wurde erreicht. So, gehen wir mal rein. Zentariano. Also, die sind schon echt sauteuer. Und kein T bei. Ja, naja, das haben wir schon gedacht. Könnte tatsächlich sein, dass wir da nur die Leute kaufen können. Junge, Miura von 1971, 4 Millionen. Aber auch hier sind dann wieder immer die gleichen, ne? Ja. Also, so teuer sind die Autos in dem Game. Countach von 21. Digga, S, G, Geländewagen, Lamborghini, Urus. Boah. Centenario. Juhu, Alter. Das ist... Achso, es gibt S und dann kommt noch H. H ist dann das Höchste. Boah, das wird krass, Alter. Also, H wird richtig krass. Ja gut. Da stehst du ja. Dann gehen wir raus. Und fahren. Hier gibt es auch ein T bei Classics, aber der ist... Naja, lass mal sagen. Das sind 267 Leistungen und die anderen hier auch nicht wirklich gut. Also, ich glaube, wir müssen schon so einen Deutschen da... Lass zu dem German-Händler fahren und da die Probefahrten machen. Und dann noch weiter zu dem britischen Händler fahren. Dass wir erstmal einen Plan haben, ne? Aber warte mal. Wir haben noch vier Händler nicht gefunden. Also, muss es ja irgendwo noch mehr geben. Ja. Alles zu seiner Zeit, du. Alles zu seiner Zeit. Nein, ich muss jetzt gucken, welche für... Hier gibt es noch mehr. Mit T. Ganz rechts. German Cars. Die werden auf jeden Fall preislich... Oder hast du den M4 nur. BMW M4. Ja, und den E8. Und den E8. Also, aber der M4 wäre schon... Aber er wäre halt ein bisschen billiger als der Porsche, ne? Ja. Ah, hier gibt es noch was. American Cars. Da gibt es kein T. Hast du den schon gefunden? Hä, nein. Weiter hoch. Da war noch höher rechts. Da. Genau da. Den haben wir noch gar nicht erforscht. Wäre jetzt von hier auch nicht so weit, aber... Also, wie ich meine, mir ist es wurscht. Wir können auch runterfahren. Ja, lass das mal runterfahren, weil da sind ja auch die ganzen Rennen, wo wir dann hinmüssen, ne? Aber da müssen doch trotzdem noch welche, warte mal, das ist jetzt einer, so, dann ist hier ganz links der italienische, das sind dann zwei. Dann fehlen doch trotzdem noch zwei Händler. Ja, vielleicht. Aber wir haben ja auch noch zwei Gebiete, ne, drei Gebiete noch gar nicht, ne? Ja, ja, richtig. Wir waren unten noch gar nicht ganz unten rechts. Dann sind die safe da irgendwo drin. Stimmt, ja. Weißt du, was ich jetzt kurz mache? Ich mach jetzt kurz zu der Tankstelle eine Schnellreise. Die da in der Nähe ist, dann tue ich den kurz mit. Was? Um mal zu gucken, ob es da ein, den Händler, oben rechts da, die American Cars, ob es da noch einen Tee gibt. Ja, naja, dann mach ich das auch, sonst bringt's ja nix, sonst sind wir ja nicht gleich. Ja, richtig. Geht ja zum Glück schnell. Oh, hier stehen schon mal schickere Schlitten rum, aber auch wieder alle essen. Ja, ich hab das Gefühl, es ist aber auch sehr große Klasse. Ja, es ist ein mega Sportwagen. Aber sind schon mal deutlich schönere Fahrzeuge. Oh, hier gibt's eine Viper. Oh, ich bin verliebt. Oh, das ist ein Challenger. Oh, die muss ich mir irgendwann noch kaufen in dem Game. S, genau. Dann schön pimpen und dann optisch geil machen und dann, oh, Traumauto. Viper, Corvettes und noch ein Ford GT, neuerer. Aber auch hier alles nur S, ne? Das ist, äh... Ja, also, fahr wieder raus, erst mal. Entscheidend ist nur die Deutschen zu sein, die diese Tee-Kategorie haben. Ähm, gibt's auch noch mal ne Viper. Auch S. Ist halt die Frage, wie für Tee steht vielleicht für Traffic. E-Kartura. Na ja, es steht ja bestimmt für Sport. Ja. So, okay, na dann, äh, wollen wir jetzt dann da runterfahren zu dem... Ja. ...deutsche Händler da zum Probefahren? Oder wollen wir uns da... Nee, komm. Nee, 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 wir sind ja gerade hier wieder zusammen. Sehe ich dich hier wieder. Dann setze ich doch einfach mal den Punkt zu dem German-Händler erst mal da runter. Boah, das müssen wir fahren, aber das ist eigentlich ganz schön. Digger, acht Kilometer. Ja, ja. Gucken wir mal, was der... ...Richt abbiegen. ...Gort GT drauf hat, weil deiner hat ein paar mehr Pünktchen. In 400 Metern. Rechts abbiegen. Ja, deiner zieht Gott's gut. Rechts abbiegen. Junge, wie früh. Ich hab so früh gebremst und... ...what the fuck? Tschüss. Schöner AMI V8 hier. This is fast. Lôl! Ja, dezent vorbeigeschossen. Ja, Navi. Du fährst so lang. Bei dem Navi hinterher. Alter, ist das ein... Wo ist das denn rum? Wieso bist du eigentlich zwei Level vor mir? Äh, gute Frage. Kann ich dir ehrlich gesagt nichts sagen. Vielleicht, weil ich immer mit den Autos hier rumfahre und dann dadurch schneller durch Radar fahre und so. Weiß ich nicht. In 400 Metern, links abbiegen, links abbiegen, der Streik erfolgen. Ja, die K... Was ist denn das gewesen, bitte? Boah, jetzt voll auf Speed, ey. Kommt da eine Radarfalle, Alter. Ja, Digga, ich hätte da so viel schneller durchfahren können. Aber nein, dieser eine scheiß Abarth hat es mir so versaut. Boah, 300, jawohl. Da hast du immer noch zwei Sterne, du Mann. Digga. Oh Gott, oh Gott. Scheiß KI geht mir gerade so auf den Sack, ehrlich. Ja, ja. Ja, hallo. Grüßt ihr wieder. Oh, da sind wir ja. Okay, zwei Autos gibt es hier, die passen. Mal erst mal zwei Probefahrten. Ja, ich kann mir eh nur einen leisten. Deswegen mache ich mit dem auch die Probefahrt. Bei den anderen kann ich mir gar nicht kaufen. Jetzt auch noch S, Digga. Der Laden sieht geil aus. Wo sind die denn? Da hinten ist schon mal der Porsche. Das wäre hier der Taycan Turbo mit dem. Das wäre ja auch der, der für mich in Frage käme. Deswegen werde ich jetzt mal... Ja, ich fahre den auch einfach mal. Oh, das ist dieser E-Dings da, ne? Ja, genau. So. Cross-Tourismo. Oha, der klingt schon interessant. Der geht auf jeden Fall ab wie Sau. Der hat ein Zwei-Gang-Getriebe. So. Ja, ich finde, der geht gar nicht so ab. Guck mal, 200 ist Schluss. Was soll das? Ja, den anderen kann ich mir nicht leisten. Also müsste ich mir den hier holen. Oha, der fährt sich ganz geil. Finde ich persönlich jetzt so für meinen Geschmack. Oh. Sehr interessant. Bei einer Testfahrt kann man keinen Streckenfortschritt erkunden. Ja, merke ich auch gerade. Was eigentlich dumm ist, weil man fährt die Strecke. Ja. Ja, also mit dem könnte ich mich zufrieden geben. Ich denke, wir können ja noch mal notfalls dann am Ende zu dem anderen deutschen Händler gehen und die mal Test fahren. Ich kenne den anderen noch mal. Wo ist denn der andere überhaupt? Was war denn das überhaupt? Mercedes, ne? Ja. Warte, ich sehe den hier. Aber wie gesagt, der kam ja für mich gar nicht in Frage aufgrund des Preises. Was ist der hier? Also könnte ich mir nur den Porsche leisten. Aber ich werde die Zeit jetzt nutzen und einfach ein paar andere dann noch mal Probe fahren. Ja, der sieht auf jeden Fall, sieht deiner geiler aus. Junge, wie der sich anhört. Das muss man mal sagen. Boah, Junge, ist das ein Bulle. Alter. Alter. Ich finde den geil. Aber der kostet so viel Geld, Alter. Der kostet so viel Geld. Der ist schon sau teuer. Ich muss jetzt hier mal den AMG-Test fahren. Ach, das ist... Ne, das ist nicht der... Boah. Was fährst du? Ich freu's mir mal gerade den AMG-Test. Ich? Nur so zum Spaß. Hast du den ich hier gerade habe, oder was? Ne, ne. Die sportlichere Version. Ach so. Also gar nicht T-Klasse, sondern... Ne, ich kann mir den ja eh nicht lassen. Dann bräuchte ich den ja auch nicht gucken. Also wenn, dann hole ich mir den Porsche. Was ja für mich als nicht-manuell-Schaltfahrer ja gar nicht so schlecht ist. Boah, der geht auf jeden Fall richtig gut ab, der AMG. Alter Schwede. Ja, dieser Sound. Ja, der Sound ist schon geil, ne? Der ist ja V8 einfach blubbert. Der ist schon böse. Boah. Der ist schon böse. Ja, gut. Und, äh... Ah... SL65 AMG, alter. Da ist eine krasse Karre und ich kaufe mir den Mercedes jetzt hier einfach, weil ich Bock auf den habe. Der sieht einfach so geil aus. Wollen wir nicht erst mal noch zu dem anderen Händler und dann die nochmal Test fahren? Zu welchen meinst du jetzt? Na, das gab dann noch diesen German-Händler ganz rechts, wo auch noch zwei T-Autos waren. Mit dem M4 und dem i8. Ja, ja, hast recht. Warte mal, wie viele Punkte haben die jetzt? Kannst du nur mal auf den anderen Händler gehen? Ich will nur mal punktemäßig abgleichen. Ja, 585 und 618. Ja, gut, also ich sag mal, der BMW M4 zum Beispiel, der hat 533, koste aber 400.000 weniger als der Porsche. Also vielleicht ist der für mich dann noch besser. Willst du hinfahren oder Schnellreise machen? Fahrer oder Schnellreise, kurz. Ja, würde ich auch sagen, am besten drinnen gleich. Dann können wir die Schnellprobe fahren. Ja, ja. Der Porsche war halt auch nicht schlecht, aber das war uns halt ganz schön teuer, finde ich. Dann fahren wir die beiden noch und dann kaufen wir uns jeweils ein. Das war in der nächsten Folge, damit wir auch wieder Rennen fahren können. So, das wäre der i8 Roadstar. Probieren wir den mal, Testfahrt. Ja. i8 ist auch ein G, ne? Er ist ein Hybrid. Ja, der klingt eklig. Er hat einen Dreizylinder-Motor, ne? Er hat... Hat der Nito? Nee, nee. Ach nee, das ist Batterie. Ja, ja, das ist Batterie-Deployment. Interessant, der benutzt das irgendwie automatisch, wie ein ERS-System. Boah, aber der ist halt deutlich langsamer als der, als der andere, ne? Als der Porsche. Ja, aber da kann man ja noch tun, ne? Ja, das stimmt. Das könnte man... Aber bei 183 ist Schluss. Ja, okay. Gut. Dann schauen wir mal, was der M4 Competition noch auf dem Paket hat. Ich glaube, der wäre auch eher da, der, der in Frage käme noch. Äh, der M4 müsste weiter unten. Da hinten steht er. In Grau. Genau, M4 Competition Testfahrt. Klingt auf jeden Fall mehr nach dem Auto. Bäh. Okay, der ist gar nicht so scheiße. Wenn man den noch ein bisschen pimpt. Die Frage ist halt, äh, was könnte man bei den Porsche zum Beispiel noch tunen? Das weiß ich halt nicht. Ob man da jetzt genauso tunen kann, wie bei den anderen? Ja, aber bisher war es bei allen Fahrzeugen noch gleich, oder? Ja, wir hatten aber noch kein E-Fahrzeug. Ah, gut. Und was sagst du zum M4? Irgendwie komisch. Eigentlich hat es dir der Mercedes angetan, oder? Schon voll, ne? Ja. Ja, ich bin irgendwie auch eigentlich bei den Porsche, leider. Die sind zwar teuer, die Autos, aber ich denke, man sollte das schon mal in die Hand nehmen, das Geld. Ja, dann machen wir das doch so. Weil mit dem hier komme ich ja nicht mehr über 200. Der braucht ja... Es ist halt auch nicht schlecht, aber... Dann machen wir mal wieder eine schnelle Reise zum Anderen, ne? Ich denke mal nicht, dass die Italiener jetzt hier noch einen hätten, deswegen... mehr Reise drinnen. Dann werde ich mir den Porsche gönnen, wenn die Preise sauteuer ist. Ich überlege jetzt noch nur gerade, ob ich dann überhaupt genug Geld habe zum Tune. Oh, ich habe meinen Wagen. Glückwunsch! Viel Spaß mit deinem neuen Auto. Der ist auch... Ach... Ja! So, ich habe meinen auch. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Das hier sind ja alles noch Geländewagen-Events. Die müssen wir dann auch noch machen. Hier haben wir aber ein paar mit T. Maximal 700. Der geht nur bis 550, aber da kann man auch einen Alltagswagen nehmen. bis 700, bis 700 und bis 700, alles klar. Dann... Fahren wir doch mal zum nächsten Tuner, würde ich sagen. Ja, wo ist denn der nächste Tuner in der Nähe? Ich würde sagen, da rechts unter dem American Cars-Händler habe ich noch nicht entdeckt. Die Happy Valley-Werkstatt. Da würde ich mal hinfahren. 5,6 Kilometer. Machen wir das auch noch in der Folge, Freunde. Machen wir den so um die 700er-Stufe rum. Ich weiß halt nicht, wie viel ich jetzt da reinstecken kann. Ich habe nur noch 134.000. Ja, ein bisschen was wird gehen. Oh, Digga. Oh, Digga. Oh, Digga. Ah, stockdunkel noch am Schütten ohne Ende. Ey, was ist denn das? In 400 Metern, links abbiegen, links abbiegen, in 200 Metern, rechts abbiegen, rechts abbiegen. In 200 Metern, links abbiegen, links abbiegen, rechts abbiegen. Douglas Tor. In 400 Metern, links abbiegen, in 200 Metern, links abbiegen, in 200 Metern. In 400 Metern, links abbiegen, links abbiegen, Ziel wurde erreicht. Ah, gucken wir mal. Ja, gucken wir mal, was hier so möglich ist. Kann ja gar nicht so viel machen, weil der hat ja schon 600 Punkte, 620. Wie viel sind da laubt? 700, ne? Maximal, ja. Ja gut, er kriegt jetzt nicht so viele Punkte mehr. Okay, bei mir bringt das alles gar nichts hier. Das bringt dir mal alles nur so 2, 3 Punkte irgendwie. Ja. Boah, das wird böse. Ihr Leistung kann ich mir mal holen. Natürlich könnte ich das alles machen, aber das ist halt sehr teuer für... Also, das hier bringt mir gefühlt gar nichts. Und das ist einfach nur unnötig teuer, so, weißt du? Warum soll ich das einbauen, Digga? Das bringt mir keinen Punkt. Offroad-Reifen, ganz klar. Hier, Leistung ist nochmal gut. Ey, da war 20.000, Junge. Ja, das ist... Ja, Kosten sind schon krass, wa? Ist schon richtig heftig. 14,9. Mal gucken, ob jetzt preislich alles machbar ist. Da kann ich gar nichts machen. Gangesch... Warum sollte ich das machen? Slick-Scan können wir noch nicht mit der Stufe. Okay. Gut, ich bin fertig. Ja, ich auch gleich. Bin aber auch pleite. Krass. Ich habe jetzt noch 13.000. Also, ich... Leitige, ob ich jetzt noch machen könnte, ist noch ein besseren Knüppel einbauen. Ne, kann ich nicht. Preislich. Ich komme auf 13.000, mehr geht nicht. Ey, Quatsch, das mein Name ist, sorry. Was ist deine Stufe jetzt? Mit dem Auto? Gut, da kann ich dir gleich sehen. Hm... Wie sehe ich das? 613 habe ich. Mehr war auch nicht drin. Was? Ich habe einfach schon ein Kategorie-T-Auto in meiner... Ja, ja auch, aber das möchte ich nicht benutzen. Warum nicht? Hätte man sich Geld sparen können. Ja, du hättest ihn benutzen können. Der ist jetzt... Der ist sogar jetzt stärker als die... Als die Karre, die ich jetzt habe getunt, Digga. Was hast du da überhaupt für eine Karre? Den, den du hast. Ne. SLS AMG 2014 ist das. Also, ich habe den SL von 2009. Ja, okay. Das ist eine andere. Naja, ich probiere es erst mal mit dem Taikan. Dann schauen wir mal, was möglich ist. Ja. Das erste Rennen wäre im Herzen von Aberdin. Da fahren wir dann nächstes Mal hin, würde ich sagen. Dann machen wir endlich wieder ein bisschen Renn-Action. In dem Sinne, Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.